Dann stieg sie auf den Fenstersings und kletterte an den Rosenhaken hinunter. Denn die Tür des Gehörts hatte der König fest versperrt. Als sie unten ankam, waren ihre Hände blutig und die schönen Kleider zerrissen. Aber das machte ihr nichts aus. Was meinst du mit anderen Kollegen? Die Tür des Gehörts hatte der König auf die Tür des Gehörts. Ja. Das war's für heute. Hallo! Ja! Ja! Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.